Digger, so ein raffinierter Hund. Digger, 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 Digger. Digger, 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 Digger. Digger, 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 Digger. Digger, 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 D Funktioniert ausgezeichnet, ist super spannend und bietet wirklich einige coole Mechanismen, die richtig geil miteinander verzahnt sind. Und das Ding hat einfach für mich nur Fett-Fets gemacht. Ich würde sagen, ja, langer Schnack, kurzer Sinn. Schauen wir uns das ganze Ding an. Viel Spaß. So Leute, ich bin jetzt mal aufs Weitwinkel gewechselt für ein kleines bisschen mehr Übersicht. Ich hoffe, das geht so klar. Ich habe den Spielaufbau hier einmal gemacht. Den würde ich jetzt auch einmal mit euch durchgehen. Jeder nimmt sich, der mitspielt hier erstmal ein, so ein Spielertableau, nimmt sich seine drei Schiffe. Es gibt hier so ein riesen Zeppelin, dann gibt es hier so ein kleineres Zeppelin und es gibt hier diesen Heißluftballon. Die stellt ihr hier in eure Docks rein, das nennt sich Docks hier. Dann bekommt jeder von jeder Ressource, es gibt Wasser, Eisen, Gold, Kohle und Whistles, also Pfeifen. Pfeifen sind dabei Wilds, das heißt, wie im Glücksspiel, das sind Joker, die man einsetzen kann für alle anderen Ressourcen. Außerdem werden dann noch Startspieler-Fähigkeiten gezogen. Da ist dann so, da wird eine mehr als Mitspieler ausgelegt und derjenige, der zuletzt dran ist, sucht sich dann eine aus, sodass am Ende für den Startspieler noch zwei Über sind und der darf sich dann eins davon nehmen. Hier hätte ich jetzt die Spezialfähigkeit, die sind alle mächtig, es gibt einen richtig fetten Stapel mit verschiedenen Spezialfähigkeiten. Hiermit dürfte ich jetzt jedes Mal, wenn ich mein fettes Schiff einsetze, darf ich quasi ein feindliches Luftschiff direkt wieder da rausrammen. So kann mir keiner Plätze oder Worker-Plätze mitnehmen, wenn ich mich irgendwo an die Seite heran stelle, um mir Plätze zu versperren. Kann ich immer rausrammen. Und dann haben wir den Exchanger, der darf einmal pro Zug eine beliebige Ressource in eine Whistle quasi umwandeln. Finde ich auch persönlich ziemlich stark. Dann gucken wir uns einmal das Spielbrett an, vom Aufbau her. Jeder hat noch Arbeiter, davon schwimmen jeweils zwei hier unten erstmal im Wasser drin. Und auf jeder Etage wird hier ein Arbeiter noch reingestellt. Dann auf der linken Seite werden Maschinen ausgelegt. Es gibt kleine Maschinen, es gibt mittlere Maschinen und es gibt große Maschinen. Die mischt ihr einfach und dann packt ihr die hier drauf. Hier gibt es den Aktionskartenstapel. Dann gibt es hier oben Technologien. Dann legt ihr auch einfach drei Random hier hin und den Rest als Nachziehstapel hin. Dann gibt es die sogenannten Scaffolds, das sind quasi Unterkonstruktionen. Wir möchten nämlich nachher hier drauf bauen und möchten Maschinen darauf platzieren. Und im besten Fall haben wir vorher noch unsere Arbeiter darauf gestellt und bauen dann eine Maschine darüber. Dann werden die nämlich promotet und in der Reihe, wo sie stehen, werden die quasi nach rechts geschossen. Das wäre jetzt quasi hier, hätte die Maschine jetzt hier gebaut und dann wären die Arbeiter am Ende des Spiels, ihr seht hier auf der Reihe, hier ein Siegpunktwert. Außer der erste, der immer einen Arbeiter in einem dieser Reihen rein promotet, der würde quasi hier noch die Belohnung bekommen. Die würde jetzt sofort nochmal sechs Siegpunkte geben. Das kann aber variabel sein. Hier dürft ihr dann Arbeiter bewegen, euch eine kleine Maschinenteilnehmende, ein Wild nehmen, eine Technologie nehmen hier. Und wenn ihr einen reinkracht, dürft ihr einen Arbeiter direkt aus dem Wasser holen. Immer wenn ihr einen hier rausholt, dürft ihr ihn auch irgendwo drauf stellen. Gucken wir uns aber gleich noch im Detail an. Nur das ist im Kern das, was wir machen wollen. Wir wollen Scaffolds bauen, um Punkte zu machen. Darauf wollen wir unsere Arbeiter platzieren und die wollen wir dann in Maschinen überbauen, damit die nach rechts rüber geschrotet werden, um da Siegpunkte zu geben. Maschinen bauen gibt natürlich auch Siegpunkte, man kennt es. So, am Anfang ist es aber so, jeder bekommt noch zwei Starts-Scaffolds und dazu suchen wir uns einfach Reihum einen Stapel aus. Beginnt mit dem Startspieler. Ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach den Stapel, dann nehme ich mir die obersten zwei hiervon. Dann könnt ihr nächste sagen, ich nehme von dem Stapel und der dritte, vielleicht wird wieder von hier nehmen oder was. Ihr müsst aber beide von einem Stapel nehmen, zumindest beim allerersten Mal. Dann, Reihum, darf jeder ein erstes Scaffold quasi bauen. Die Bauregel für Scaffold, das muss immer an einen Edge quasi angrenzen, an eine Kante, zum Beispiel hier, das wäre jetzt quasi erlaubt. Und der nächste wäre dann beispielsweise auch so erlaubt, das wäre nicht erlaubt. Ist aber klar, kennt man aus anderen Spielen. Beim Einsetzen bereitet ihr euch quasi ein bisschen darauf vor, dass ihr, na, da möchte ich hier später mal ein Zeug einsetzen, um Sachen zu collecten. Ich zeige euch jetzt gleich auch, wie das mit dem Collect funktioniert. Der Startaufbau ist jetzt hiermit komplett abgeschlossen, nachdem jeder Reihum eins seiner ersten Plättchen hier gebaut hat. Achtung, bei der Spielvorbereitung gibt es noch keine Punkte, weil wenn ihr später diese Dinger baut, sehen wir gleich auch noch, dann kriegt ihr quasi, wenn ich das jetzt hier so einbauen würde, würde das Ding drei Punkte geben. Für jede Kante, das wäre einmal die hier, also nur zwei Punkte, die hier und die hier würde es jetzt berühren. Das heißt, ich bekomme für Scaffoldbau zwei Punkte. So versucht man die eigentlich immer richtig gut einzupuzzeln, damit die möglichst viele Punkte abwerfen. So, ich tue jetzt aber einfach mal so, als hätten wir das Ding so gebaut, wie wir es gerade eben gesagt haben. Dann beginnt das Spiel, beginnt mit dem Startspieler, es wird immer Reihum gespielt, bis das Spiel irgendwann aus ist. Und wann ist das Spiel aus? Sobald das Wasser, es wird immer mehr hier überschwemmt, dafür gibt es hier diese verschiedenen, diese ganzen Wasserdinger, es wird immer mehr überschwemmt. Und sobald hier oben das letzte Ding gelegt ist, dann ist jeder, also spielt der aktive Spieler seine Rolle noch zu Ende, die anderen sind noch einmal dran und dann ist hier Feierabend in den Bums. So, gucken wir uns unser Bordleimer an. Dazu nehme ich einfach das hier mal. Wir können immer vier verschiedene Waren maximal in unserem Lager haben, also vier Wasser, fünf Ambos. Während der Runde dürfen wir auch mehr haben, aber am Ende unseres Zuges dürfen wir maximal so viel überhaben, dann müssen wir den Rest quasi wegschmeißen. Das kann schon mal sein, dass man ein kleines bisschen Überproduktion irgendwie hat, die Sachen dann gut benutzen kann und den Rest im Lager halt eben noch voll haben kann. Ihr seht hier oben sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs verschiedene Möglichkeiten, um verschiedene Technologien einzubauen. Das gibt euch natürlich eine ultra pervers hohe Varianz für euer Play und für alle zukünftigen Plays natürlich auch. So, was macht ein gutes Spiel aus? Super simple Regeln bei super vielfältigen Möglichkeiten. Wobei die Möglichkeiten sich eigentlich erstmal in Grenzen halten und durch die verschiedenen Technologien, die verschiedenen Maschinen sich tausend verschiedene Möglichkeiten offenbaren, wie man was machen kann. So, wenn wir nämlich dran sind, machen wir eine von zwei Aktionen. Entweder die Collect-Aktion, das heißt wir sammeln Ressourcen, oder wir fordchen, das heißt wir schmieden, wir holen alle unsere drei Schiffe wieder von Bord zurück ins Dock und dürfen dann bauen und Arbeiter hier aufs Brett stellen. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Wir machen als erstes die Main-Action. Ich bin dran, ich möchte sammeln. So, wie funktioniert das Sammeln? Ganz einfach, ich würde mich jetzt für eins von diesen Dingern entscheiden, wir tun jetzt mal so, als wäre er der Erste. Er hat nämlich, weil er ein zweites Spiel ist, hat er ein Wassermeer, das stapelt sich so ein kleines Wissen um den Startspielervorteil auszugleichen. Ich nehme jetzt mir direkt mal den dicken Brummer. Ich nehme mir lieber hier das Schiff hier und dann darf ich das irgendwo auf ein freies Feld angrenzend zu irgendeiner Ecke setzen. Und sammle alles ein, was benachbart ist und aktiviere auch alles ein, was benachbart ist. So, nicht ganz richtig, ich setze es nicht nur hier ein. Ich dürfte, wenn ich die Möglichkeit hätte, ich lege es mal kurz hier nochmal aus. So, und hier liegt schon eine Maschine drauf. Also, ich darf entweder hier auf ein freies Feld benachbart zu den Scaffolds was einsetzen oder ich darf meine, mein Ding auf eine Maschine reinsetzen. Dann muss das Ding aber drauf passen. Also auf diese kleine Maschine, seht ihr schon, da passt das 3er Moped gar nicht drauf. Da könnte ich mir einen Heißluftballon oder hier das Zweierteil drauf stellen. So, tun wir mal wieder weg, vergessen wir mal wieder. So, jetzt würde ich das Ding hier, mich entschließen, hier einzusetzen. Und er sammelt jetzt alles ein, was benachbart ist. Das, das, das und das. Das heißt, ich würde jetzt 2 Gold bekommen und 2 Pfeifen bekommen. Und dann wäre der nächste dran. Das ist ein bisschen roten drauf. Ich mache das mal schnell. 2 Gold und 2 Pfeifen. Dann ist blau dran und der möchte auch sein Schiff einsetzen. Allerdings entschließt er sich, er möchte nicht sein Schiff hier auf dem Brett einsetzen. Es gibt noch Möglichkeiten außerhalb des Boards und die zeige ich euch jetzt. Ganz einfach, da könnt ihr auch, egal ob es einen dicken oder der kleine ist, ich nehme jetzt einfach den kleinen dafür. Hier dürft ihr euch eine kleine Maschine von diesen 3 aus dem Angebot hier quasi kaufen. Und zwar kostet dieser Slot 2 Kohle. Hier könnt ihr auch jemand anders nachher noch reingehen und für 3 nochmal quasi eins holen. Wenn eins gekauft wird, wird immer eins aufgedeckt. Euer Vorrat ist beliebig groß, ihr könnt diese Pläckchen halt eben sammeln. Die sind nicht sofort gebaut, ihr sammelt quasi Baupläne. So könnt ihr euch das thematisch ein kleines bisschen vorstellen. Hier würdet ihr für 3 Eisen eine dieser mittleren Maschinen bekommen. Und hier unten würdet ihr für 3 Eisen und 2 Kohle eine dieser großen Maschinen bekommen. Die haben immer perverse Effekte da drin. Da gibt es auch toll und großartig, da stehen alle Dinger nochmal schön aufgelistet, was das halt irgendwie kann. Hier gibt es Gold und Wasser, Doppelkohle, 2 Siegpunkte, 5 Siegpunkte. Hier dürft ihr Karte ziehen. Hier dürft ihr 2 billige Ressourcen rausgeben, um eine verdeckte Technologie zu ziehen. Hier dürft ihr Karten abwerfen. Es wird sofort 5 Siegpunkte und eine Whistle bekommen. Hier für den Kohle könnt ihr euch ein kleines Ding kaufen. Hier dürft ihr für 2 Wasser einen Arbeiter rechts hier rüber in diese Promotion-Leiste rüber schießen. Und so gibt es halt eben unzählige Variationen. Also hier holt ihr euch die Maschinen. Dann dürft ihr hier reingehen und euch eine Technologie holen. Die Kosten stehen oben hier drauf. Hier könnt ihr 4 Wasser bezahlen. Dann dürft ihr euch das Ding hier einbauen. Ab dem Moment zählen alle Wasser sozusagen als Wild. Also habt ihr quasi hier einmal ein Joker-Symbol und euer Wasser ist dann auch ein Joker-Symbol. Auch hier wird sofort halt eben alles wieder nachgefrischt. Hier bekommt ihr ein neues Scaffold. Setzt ihr den hier rein. Dürft ihr euch eins von einem Stapel, das oberste quasi, aussuchen und nehmen. Ihr könnt aber auch einen Whistle bezahlen. Dann dürft ihr 2 nehmen. Das muss auch nicht wie am Anfang beim Startaufbau vom gleichen Stapel sein. Ich könnte jetzt eine hier ziehen und eine da ziehen. Und ihr seht, 3 Plätze sind da. Ich könnte auch 2 Whistles ausgeben. Dann dürfte ich mir sofort 3 Teile nehmen. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal ganz gut vorgesorgt. Dann gibt es hier unten noch einen Slot. Da könnte ich den reinsetzen. Da darf ich einen Arbeiter aus dem Wasser holen und setze den dann auf einen freien Slot, auf einen Scaffold. Also nicht da, wo eine Ressource ist, sondern es darf halt eben wirklich nichts drauf sein. Das heißt, ich würde ihn jetzt vielleicht dann hier einfach drauf positionieren. Jeder Arbeiter, der sich am Ende des Spiels im Wasser befindet, gibt minus 5 Punkte. Wenn das Wasser steigt, und hier so ein Arbeiter angenommen, das wäre jetzt hier so, und das Wasser würde quasi steigen einmal, dann würde jetzt das Schiff hier in den Hangar nachher zurückkommen, sofort. Und alle Arbeiter, die abgedeckt werden würden, würden auch wieder nach unten ins Wasser fallen. Das heißt, wir müssen schon zusehen, dass wir die Arbeiter schnellstmöglich mit Maschinen überbauen. Die Scaffolds taktisch klug einbauen, um die Arbeiter zu promoten, bevor die wieder ins Wasser fallen. Am Ende des Spiels 5 Siegpunkte geben und die total umständlich da wieder rausgeholt werden müssen. Außerdem können wir uns hier oben reinstellen. Dann dürfen wir eine Aktionskarte ziehen oder eine beliebige Ressource ausgeben, um 2 Karten zu ziehen. Oder 2 beliebige Ressourcen ausgeben, um eine Karte zu ziehen. Und da gibt es halt eben ganz nette Sachen drunter. Das ist die Charity-Aktion. Wenn ihr die Karte ausspielt, dürft ihr in jede leere Reihe, wo ihr keines drin habt, dürft ihr euch eine Ressource reinlegen. Hier dürft ihr recyceln. Ihr werft ein Scaffold ab und dürft euch 2 beliebige Ressourcen dafür nehmen. Ja, so funktionieren die Karten und die sind auf jeden Fall auch verhältnismäßig stark, wie ich finde. So, jetzt haben wir die Collect-Aktion gesehen. Ihr seht hier unten das Wasser. Hier kommt man am Wasser, ganz klar. Ich zeige es nochmal hier. Ich setze das Ding hier ein. Jetzt würde ich hier unten 3 Wasser bekommen und eine Pfeife, eine Whistle würde ich bekommen. So, das ist der Collect-Mechanismus. Allerdings ist es so, wir tun jetzt mal so, als hätten wir hier schon ein kleines bisschen alles weiter ausgebaut. Und wir hätten hier eine Maschine noch drauf liegen. Die hätten wir jetzt hier noch drauf liegen. Und hier, das hätten wir jetzt auch noch da. Und ja. So, wenn ich mich dann entschließe, nächstes Mal ein Ding hier einzusetzen, dann würde ich das vielleicht hier direkt hier drauf setzen. Oder vielleicht hier drauf setzen. Dann würde ich die Maschine auslösen beim Collecten und trotzdem alle angrenzenden Symbole, die nicht abgedeckt sind. Das heißt, ich würde hier zwei beliebige Ressourcen abgeben, um mir hier eine Technologie zu ziehen, die ich sofort auf mein Tableau anbringen kann. Und ich würde ein Wasser bekommen. So ist es manchmal ganz geil, wenn du dann zwischen zwei Maschinen stehst, dich so geil so zu positionieren, dass dann mehrere Maschinen auch gleichzeitig ausgelöst werden. Die man dann hier quasi melden kann. Also das wäre jetzt natürlich auch richtig geil. Ein Whistle, ein Gold, ein Wasser. Und ihr dürft zuerst nochmal zwei beliebige Ressourcen abgeben, um euch so ein Ding zu holen. So funktioniert das Spiel auf jeden Fall. Irgendwann habt ihr keine Arbeiter mehr, beziehungsweise ihr habt keine Arbeiter mehr, falsch aus, ihr habt keine Luftschiffe mehr und keinen Luftballon mehr, weil alles drauf ist und ihr wollt trotzdem wieder was sammeln. Dann macht ihr die zweite Aktion und die zweite Aktion ist Forge. Dann nehmt ihr alle eure Minis wieder zurück, stellt ihr wieder hier in euer Dock quasi rein und dann dürft ihr bauen. Und zwar dürft ihr dreimal bauen. Was dürft ihr bauen? Ihr dürft entweder einen Scaffold bauen oder wenn ihr hier schon in eurem Vorrat eine Maschine habt, dann dürft ihr eine Maschine bauen. Die erste Bauaktion ist quasi kostenlos. Die zweite Bauaktion kostet ein Wasser. Die dritte Bauaktion kostet noch ein Wasser. So, ich habe ja gesagt, baut ihr einen Scaffold, bekommt ihr so viele Punkte wie Seiten angrenzen, der jetzt wäre jetzt hier drei Punkte wert, eins, zwei, drei beispielsweise. Und wenn ihr eine Maschine baut, bekommt ihr sofort die Punkte, die einmal da draufstehen, das heißt, die wäre jetzt fünf Punkte wert. Und wenn die Arbeiter darunter sind unter einer Maschine, die überbaut hat, auch wenn es nicht eure eigenen Arbeiter sind, ihr überbaut hat auch Fremde. Es kann halt auch sein, dass ihr eure Arbeiter, scheiße, ich habe keine Maschine, aber ich sehe gerade der Jones, der will gleich die große Maschine bauen. Aber dann stelle ich ihm da noch Arbeiter rein, dann muss er meine quasi mitpromoten und durch seine Maschine, die geben dann halt eben Siegpunkte. Also man kann die ganz gut Kuckucksei-mäßig untermodeln. So funktioniert das Bauen und dann dürft ihr am Ende noch aussuchen, eine von beiden Aktionen. Entweder dürft ihr ein Gold ausgeben, um einen Arbeiter hier aus der untersten Baracke irgendwo aufs Spielfeld zu bringen, wo ihr ihn dann im besten Fall irgendwann später wieder promotet. Oder ihr zahlt zwei Wasser und dürft einen hier unten aus dem Wasser auch irgendwo aufs Spielbrett stellen. Und dann ist der Nächste drin. Als Bonus-Action darf man beliebig viele Karten spielen. Ihr dürft beliebig viele von diesen Dingern ziehen. Über manche Orte gibt es hier auch noch verdeckte Belohnungsauszeichnungsplättchen, die ihr sofort dann irgendwie bekommt. Hier gibt es noch so einen Marker, da kann man noch was mit duplizieren. Das hängt aber mit einer Karte zusammen. Und das ist schon das ganze Spiel gewesen. Immer einsetzen, immer bauen, immer kollekten und danach halt eben weiterbauen. So, jetzt haben wir noch nicht geklärt, wann das Wasser steigt. Ganz einfach. Sobald die erste Maschine über hier oben diese Bahntrasse gebaut worden ist, thematisch ist es so, dass der Schnee, der schmilzt hier oben, das läuft hier runter und das überschwemmt dann halt eben so. Wir tun jetzt aber erstmal so. Haben jetzt quasi hier die erste Maschine gebaut. Die erste Maschine, bam, und ihr seht, sie hängt jetzt über dieser Brücke. Das heißt, es steigt sofort das Wasser, das heißt, der fällt hier quasi runter, der fällt hier auch ins Wasser. Zack, und dann sieht die ganze Kiste quasi schon so aus. Jetzt haben wir den Fall, zum ersten Mal, dass hier eine Maschine auch halb abgedeckt ist, wie die hier. Ich wäre sie jetzt nicht, aber es kann ja auch sein, wenn das Wasser nächstes Mal steigt hier, zack, zack. Also Maschinen, die zum Teil abgedeckt sind, funktionieren nicht mehr. Es gibt eine Maschine, die kann dann trotzdem noch weiterarbeiten, aber die sind jetzt quasi außer Kraft. Die kann man dann nicht mehr gönnen, dass man immer gezwungen ist, nach oben zu bauen, möglichst aufgefächert, um das Spiel ein bisschen zu ziehen. Oder wenn man weit vorne sich fühlt, dann schnell nach oben bauen, gucken, dass viele andere ins Wasser fallen, seine eigenen Arbeiter schnell von hier wegbekommen, um das ganze Ding hier irgendwie dann zu pushen. Und wie gesagt, ist hier halt alles einmal voll bis hier oben, ist der aktive Spieler noch zu Ende dran, alle anderen sind noch einmal und dann hat sich das ganze Erdbeerfest hier aufgesnackt. Und dann springen wir mal zum Fazit. Leute, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu überfordert. Ich bin nicht mehr ganz so in Übung und habe im Kern verstanden, worum es geht. Wie immer, falls ich irgendwas vergessen haben sollte, ich mache das hier alles einmal One-Take-mäßig. Das ist quasi hier nur so ein Regelüberblick. Bitte unbedingt dann auch das richtige Regelheft noch zusätzlich konsultieren. Ja, was soll ich sagen? Also die Mechanismen, ich finde es geil, unten kommen diese Wasserplättchen, die dann hochgehen, dass die Arbeiter reinfahren, ich muss die Arbeiter erstmal hochkriegen, ich muss mir Maschinen besorgen. Ich kann mir bis zu sechs Technologien, es gibt diese fette Stapel von Technologien, allein was es da für Wiederspielmöglichkeit gibt. Dann die Plättchen. Baue ich lieber einen Scaffold, baue ich lieber eine Maschine, baue ich lieber keine Maschine und snack mir mal lieber auf die Arbeiter, die ich dann da schlauerweise hin posiziere, dass es die anderen, die mit ihren Maschinen wiederum promoten müssen und so. Welche Ressourcen sammle ich? Okay, ich kann den Fokus überlegen. Je nachdem, welche Startfähigkeit ich habe, geht das so ein kleines bisschen schon, könnte ich in diese Strategie einschlagen, was auf jeden Fall auch immer ratsam ist. Und die spielen sich halt eben wirklich alle geil. Allein das Aussuchen der Startfähigkeiten erinnert mich immer ein bisschen bei Marco Polo, wo ich es auch unheimlich geil finde, wo am Anfang die Charaktere ausliegen und man sich davon halt eben welche aussuchen, beziehungsweise einen aussuchen darf. Mega, mega, mega Ding, obwohl das Teil so mechanisch ist. Da muss ich mir selber auf die Finger klopfen, weil ich denke, dass ich vor ein paar Jahren reiner Euro-Ami-Trash-Game-Fan gewesen bin und ich jetzt hier so ein rein mechanisches Ding vor mir stehen habe. Ich finde, es sieht auch toll aus. Also, ihr habt auch Kommentare gelesen, ja, die Fallteiter, out und so. Wo also die Leute mal die Klappe halten, Whistle Mouth, ich finde, das sieht schön aus. Das ist halt eben alles sehr clean gemacht. Und die Regeln sind halt eben super schlank und du kannst halt eben super viel da eben draus machen. Und ja, deswegen war das auch zu Recht mein Dezember 2020 Top des Monats und wahrscheinlich für immer ganz oben in meiner Liste. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Und wenn ihr euch Whistle Mountain aufgrund meines Videos kauft, dann schreibt es mir dann in die Kommentare. 68 Euro kostet das Ding, glaube ich. Und dann, wenn ihr es mal gespielt habt, unbedingt auch mal unterschreiben. Nochmal wiederkommen auf das Video. Darunter schreiben, wie es euch gefallen hat. Oder ob ich mir nur Scheiße erzählte. Aber wir werden sehen. In dem Sinne, Leute, bis dann. Ciao. Ciao.